Morgen wird es möglicherweise schneien. Ich möchte viele schöne Abenteuer mit dir erleben. Da du krank bist, solltest du im Bett bleiben und ruhen. Da du krank bist, solltest du im Bett bleiben und ruhen. Wir werden heute neue Kleider kaufen gehen. Wir werden heute neue Kleider kaufen gehen. Sie gehen trotz des schlechten Wetters an den Strand. Sie gehen trotz des schlechten Wetters an den Strand. All diese Informationen haben mich sehr verwirrt. All diese Informationen haben mich sehr verwirrt. Es ist ungewöhnlich, dass es zu dieser Jahreszeit so heiß ist. Bei dem Verkauf haben wir viel Geld eingenommen. Bei dem Verkauf haben wir viel Geld eingenommen. Ich habe gehört, dass Tirana eine sehr schöne Stadt ist. Ich habe gehört, dass Tirana eine sehr schöne Stadt ist. Ich kenne Anton schon seit wir Kinder sind. Ich kenne Anton schon seit wir Kinder sind. Ich kenne Anton schon seit wir Kinder sind. Der Strom fließt durch diese beiden Kabel. Der Strom fließt durch diese beiden Kabel. Er ist immer noch nicht mit dem Internet verbunden. Er ist immer noch nicht mit dem Internet verbunden. Sollen wir die Treppe nehmen oder mit dem Aufzug fahren? Sollen wir die Treppe nehmen oder mit dem Aufzug fahren? Auf meinem Bildschirm steht eine große Null. Auf meinem Bildschirm steht eine große Null. Ihr Bauch tut weh, weil sie zu schnell gegessen hat. Ihr Bauch tut weh, weil sie zu schnell gegessen hat. Ich mag ihn wirklich, jedoch wohnt er sehr weit weg. Ich mag ihn wirklich, jedoch wohnt er sehr weit weg. Er hat mehrere Unfälle überlebt. Er hat mehrere Unfälle überlebt. Wenn der Sturm kommt, sollten wir im Haus sein. Wenn der Sturm kommt, sollten wir im Haus sein. Wenn der Sturm kommt, sollten wir im Haus sein. Wenn der Sturm kommt, sollten wir im Haus sein. Es fällt ihm schwer, vernünftig zu sein. Nach dem Schwimmen ist sie immer sehr hungrig. Nach dem Schwimmen ist sie immer sehr hungrig. Wir haben das Projekt erfolgreich beendet. Heute ist das Wetter wirklich angenehm. Heute ist das Wetter wirklich angenehm. Heute ist das Wetter wirklich angenehm. Ich bin davon überzeugt, dass er die Prüfung bestehen wird. Ich bin davon überzeugt, dass er die Prüfung bestehen wird. Ich kann momentan nur Trauer und Schmerz empfinden. Ich kann momentan nur Trauer und Schmerz empfinden. Ich kann momentan nur Trauer und Schmerz empfinden. Viele Leute behaupten, Experten auf einem Gebiet zu sein. Viele Leute behaupten, Experten auf einem Gebiet zu sein. Viele Leute behaupten, Experten auf einem Gebiet zu sein.